Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft OneBlockSkyBlock, wie man es einmal will nennen, zusammen mit Serizio, der sich dahinter schon wieder rezent versucht, nicht lächerlich zu machen. Was ist denn lächerlich? Wird es intro jetzt 7 mal verkackt? Schnau Oh, der Baum ist gewachsen. Humba, 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 Töte. Achievement, ich habe einmal einen Block abgebaut und er ist abgebaut. Ja, weil ich jetzt an einen künftigen Server habe. Tipptopp, ich hole mal das Holz in die Kiste. Was hast du jetzt wieder gemacht? Was hast du gemacht? Der OneBlock! Der OneBlock ist weg! Absolut ein Minecraft-Posting! Okay! Wir haben es geschafft. Wir haben wieder einen Server, welcher an einem Block existiert. Komm, Piggy! Nein! Oh mein Gott! Gang! Ja, warte. Ganz andere Probleme. Schweinchen? Oh! Fuck! Gut, ich habe 6 Hack gewastet und unsere Eisekübel. Beim Rettungsversuch von dem Schweinchen. Oh, ist das? Jetzt gehst du mir auf den Sack. Oh! 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 Oh no! Oh, Oh! 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 Oh, oh! 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 Oh persönlich! Es ist Allan preced Eyes Count! Warte, ich probiere mal etwas, Achtung, schaue, nein, falsche Richtung, gong, gong, neiii, 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 neiii. Es zerregert wie gerade alles. Wir müssen uns jetzt halt überlegen, ob wir einfach alles da hinten mit Oakwood machen wollen. Siehst du meine Intention, die ich da hinten habe? So, wenn ich das aufbauen sollte. Achtung, 1 gegen 1, 1 gegen 1. Ey, fick dich! Ja komm, spiele mit Ping-Pong. Ich wollte mit Gabriel in Minecraft Chrome mit einem Creeper Ping-Pong spielen. Nein, die hauen ab von dir, die hauen ab. Okay, tschüss! Nein, es ist schon wieder ein Häschen, aber guck! Die Scheisshassen sind jetzt... Also zumindest 2, 1, 3, also 3 sind aber okay. Keine Ahnung, ich will halt die Farm wegnehmen von dem One-Block. Das ist mir eines zu gefährlich. Die Tier... Die Tier... Die Tier... Die Tierli gehäge... Die Tierli gehäge... Die Tierli gehäge möchte ich dann auch... Also zumindest das da vorne. Das... Achtung! Achtung! Ich habe Säcke davon! Ja, Alter, schau! Da, zack! Eine links, eine rechts! Eine links, eine rechts! Ja komm, Alter! Achtung! 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 So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen... Jetzt haben wir hier eine grössere Fläche. Wir wollen uns irgendwann einmal das Grundkonzept überlegen, wie wir das jetzt haben wollen. Weil das mit diesen Tierli möchte ich eigentlich schon ein bisschen weiter da hinteren verfrachten. Und... Und... Und dann können wir dann da vorne mal wirklich... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Das rund um den Dings herum... Machen wir so, dass wir den oberen One-Block halt... Irgendwie aus... Steinen oder so machen. Und dann unten drunter auch noch eine Schicht. Dass wenn etwas in die Luft fliegt, dass wir... Nicht gerade mit runtersausen. Also... Wenn euch das Video gefallen hat... Dann zeigt es euch wieder eine Bewertung. Also am besten da oben nach oben natürlich. Wenn ihr jetzt die nächste Folge mehr gesehen habt... Das bliebensidizio ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und wie gesagt... Dann sehen wir uns... Bei der nächsten Folge wieder... Beim Sidizio oder in zwei Tagen wieder. Auf diesem Kanal. Bis dann. Ciao, ciao.